da oben ist einer ist das nico? ne es ist jeremy, ich muss auffassen die sind ja ganz oben auf dem berg ich hab glöcke, ich hab zum glöcke oder haben die wasser runtergegeben? ja das gibt's doch fließendes wasser wir bauen jetzt jetzt hier rein die sind da oben, die sind da oben müssen irgendwie nach oben kommen das ist, äh, xxx1000 390 xx1000 ja und y? 700 ey, david ist hier hier seid ihr, ich bin grad drin ey, unter euch lag TNT, hast du es nicht gewusst? hier unten lag TNT ey, ähm, by the way nico, nico, ne, hier unten lag ey, wie bist du hier grad einfach hergespawnt? ey, aber ich war im spectator mode und hab ihn die ganze zeit gestalkt ne, so ach so, du warst das mit dem TNT? töt ihn mal ok, töt ihn nicht, töt ihn nicht oh nein, er lacht, ey, ich muss irgendwas ach, du warst das mit dem TNT? eh, vasht leck? er läck,年stalt ön f Jacques na, du, weinteson und zweiDo nebeneinander hä, wusstest du, dass ich, äh oh, nein die zeroist oh sie matt hä, wusstest du, dass ich die hero brain war? wo sei es extra auf den Berg weil er gefl euch in den Bergwürstern hat sich wahrscheinlich so ein Witz der diese Klippe hier was ist das ist hier ein paar ich bin gerade oben bei dieser Klippe wo man betrifft Eier Eurofarm läuft Prozent wo er hat er sich nicht weiter und so ist die Korte schlusser der Uhr das war da oben was hast du gesagt der bastard hat mich streckt ja geil danke für das tnt ja ich kann ich kann theoretisch mit einem kommand ein gesamtes inventar klären aber egal kannst kannst du mir bitte kurz kannst du einen stack eichen ließ geben oder so nein aber ihn gibt so tnt ich wollte einfach nur einen locken in platzinnen zu erfrecken und dann habe ich erst nachdem ich den stock gespawnt hat gemerkt dass er ihn einfach aufsammeln kann david job den mal geben sie mir das tnt sonst werde ich ihr inventar vernichten ja jetzt hast du dein locht hier unten das ist mir doch egal hatte da irgendwas gesprengt hat das tnt einfach hier in der ecke platziert einfach hier unten am fuß vom berg das lachen wird dir vergehen ja 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 warte ab ja ja jetzt verpiss dich erstmal schön und steck dein L ein steck dein L ein alter er nutzt ja den cheese der wohnen sohn ja wenigstens habe ich nicht kommen sehen du ich hab's gehört gehört dass ich geredet habe oder wie nein bro die blöcke dann sagst du sofort dass ich es bin oder wie aber verfolgst du mich immer noch tut deine cheats weg ja fette fett sagen alter so ich nehme dass das hau zu fährt by the way lol äh ach so ich hatte nur so hat seine cheats alter kanashimi ist einfach in kratus gegangen ja was geht da ab ich wollte einfach nur mit denen reden ja wie soll ich ja pissen ok ich wollte einfach nur reden ok ja ich bin ich ich hab's überlebt ich hab's überlebt ich hab's überlebt David geht immer bitte so ich hab' gesagt dass äh wie er alles was haben wollt ich kann den Watteraufzug einfach hoch ich hab's gehört ok Leute 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 bis zum nächsten Dream ...